Wir sind sehr zufrieden, dass wir über 50 Aussteller beim DRG und Reha Forum begrüßen können. Das sind so viele wie noch nie. Wir freuen uns auch über rund 1400 Fachbesucher, die hier rege diskutieren, Netzwerken, interessante Diskussionen verfolgen können. Also eigentlich ist es wie jedes Jahr großartig, deshalb sind wir da. Wir kennen das DRG Forum schon als Teilnehmer seit mehreren Jahren und haben jetzt ganz speziell dieses DRG Forum ausgewählt, um mit unserer neuen Akademie uns auch den Markt groß und bunt, den man auch sehen kann, zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Wir haben es erlebt, dass die Menschen genau das wahrnehmen, was wir vermitteln wollten, dass wir da sind, dass wir neu sind, dass wir viel Informationen haben vermitteln können, was wir machen, was wir planen. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Ich glaube, wir sind jetzt seit elf Jahren Aussteller und es ist eines der festen Größen im jährlichen Kalender. Es ist für uns eine sehr, sehr relevante Veranstaltung und wir hatten gestern wirklich viele interessante Gespräche. Einfach auch die bestehenden Kunden zu treffen, Gespräche zu führen, Anregungen aufzunehmen. Natürlich freut man sich auch über Leute. Für uns ist es immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir machen am Vorabend des DRG Forums immer einen Kundenabend. Da geht es eigentlich los. Die Stimmung ist immer gut und die perfekte Organisation dieses Hotels ist herausragend. Das Team hinter den Kulissen, sowohl bei Bibliomed als auch hier im Estrell selber, macht das super professionell. Kurze Wege immer ansprechbar, auch im Vorwege, Workshop, Abstimmung und, und, und. Also da kann man nur sagen, eins plus. Volle Punktzahl. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Also für uns ist das eine Veranstaltung, die sich immer lohnt. Das Ganze findet in einer fantastischen Location statt. Wir sind im Estrell Hotel in Berlin und werden hier super bedient. Wir haben hervorragende Bedingungen und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Bis zum nächsten Mal.